Guck mal, hab ich da grad Schweine gesehen, nee gell. Guck mal, ein Enderman. In dem Haus waren wir schon drin. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Aber hier gibt's, glaub ich, auch nicht so viel. Das ist halt, äh, ja, gar nix. Ah, nee, dahinten ist schon wieder... Was ist denn das da? What? Ach du kacke, das sind so Spawn-Ebenen aus Glas. Äh, nicht aus Glas. Ja, krasse Kacke. Aus Eis. Ja, ja, leck mir die Eier. So. Hier ist aber nicht hin. Nein. Denn ich wollte ja eigentlich die... Die fliegende Insel hier... Ähm, nee. Aber ich markiere mir hier das Ganze mal als... Turm. So. Krass, okay, da geht... Also da kommen wir auf jeden Fall zurück. Denn das will ich auf jeden Fall, ähm... Den Turm werde ich auf jeden Fall auch fertig machen. Aber das wird dann alles wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme sein, denn... Ja, ich bin schon... Äh, knappe zwei Stunden. Ne, über zwei Stunden sogar. Am Aufnehmen. So. Was kriege ich denn da raus eigentlich? Da kriege ich... Äh, irgendeine Beere raus. Frag mich nicht welche. So. Auf jeden Fall können wir uns die Dinger daheim... Ähm... Anpflanzen. Warte. Ah, mach ich da... Mach ich da... Mach ich da... Kann ich da weiter schlagen vielleicht? Ah, das kann sein, wenn ich das so aushol. Jetzt passt auf... Das brauche ich ja nicht, deshalb nehme ich das dann noch mit. Weil jetzt habe ich ja auch irgendwo im Inventar. So, Delschen. Und dat habe ich ja auch irgendwo. Aber fragt mich nicht wo. Ähm... Soll ich trotzdem kurz aufräumen? Ja, komm. Dat kommt da rein... Äh, dat kommt da rein. Ah, halt. Das ist Eisen und das war andere... War Aluminium. Also... Ja... Als bräuchte ich dies meine... Meine Co-Play-Stones. Weil dann... Upsa, da ist halt die Insel. Pfff... Ähm, bauen wir uns da kurz nach oben. Würde ich mal sagen, hier so. Ähm... Ja. Auf gut... Stück. Wie komme ich denn wieder runter? Ach, komm. Essen. Dumm, 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 dumm. Ähm... Oh, wir nähern uns. Oh, wir nähern uns sogar sehr... Gut. Ja, perfekt. Was ist denn das da? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Schleimiges Gras. Was ist das? Schleimiges Gras. What? Was ist das? Erstarrter blauer Schleimiges. Oh Gott! Oh Gott! Was braucht man so'n Scheiß? Das ist das Wasser. Das ist aber auch kein richtiges Wasser. Oh Gott! Oh Gott! So, ein... Und was ist denn das hier? Erstarrter grüner Schleimiges. Ah! Krass! Krasse Scheiße! Und der Tonhilde von dem Schleim... Aha! Wie geil! Okay, die Setzlinge nehme ich auf jeden Fall mit einerst gefallen. Kranke Mischte. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es keine Drohnen oder sowas gibt. Können wir ein bisschen umschauen. Ich will einfach sagen, wir gehen jetzt heim. Ah! Dumm, dumm, di dumm, di dumm... Ah! Ich sehe die Punkte auch auf der Map. Das ist gut! Das ist sehr gut! Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt springe, so. Na gut, zweieinhalb. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich da mal oben war, dass ich da nicht nochmal hochgehe. Und wir haben 52 Level. Kranke... Shit. Zu viel kriegst du am normalen Bankflug. Zu gut wie nicht. Aluminium. Oh, da sind sogar mehr. Da sind sogar neun. Okay. Wow, der macht einen... 15 Schaden. Sollen wir das hier in den Duell enden? Du verlierst eh, das weißt du doch. So, irgendwo... Habe ich ja noch mein Boot geparkt. Wo war'n das? Oh, shit. Wo habe ich denn mein Boot geparkt? Ich war... Oh, la. Das war ein leichter Fail. Äh... Boot. Halt. Einsteigen. Ach, jetzt. Das war's. Wissen wir also auch, was auf dieser Insel uns erwartet. Und... Jetzt gehen wir aber wirklich zurück. What? Jetzt habe ich das ja so länger geöffnet. Fuck, Tintenfische, ey. Ähm... Äh... Ja, wieso sind wir richtig? Ich muss dir gerade überlegen, ob wir überhaupt... richtig ankommen. Aber... Ja, sind wir. Oh Gott, ach Gott. 15 Schaden. Krasser Bogen. Richtig krasser Bogen. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass wir hier... Oder dass ich hier eine kleine Aufnahme... Äh... Pause mache und dann werdet ihr ja gleich sehen, ob das Folgeende ist oder ein... Oder ob es vielleicht gleich weitergeht. Okay, das kann ich auch jetzt noch nicht sagen, wie ich es schneide. Ähm... Auf jeden Fall... Wenn es euch gefällt, lasst doch ein... Daumen hoch da. Und, äh... Falls ihr Fragen habt oder so, natürlich könnt ihr das gerne... Unten in die Kommentare schreiben. Wow, Creeper mit 60 Leben ist krass. Wo sind die jetzt hin? Da hinten. Oh, verpiss dich doch! Loll. Verpiesel dich! Oh, die miese Skelette. Ich hab kein... Ich hab keine Pfeile. Ich hab meine ganzen Pfeile verbraucht. Oh. Oh. So. Jetzt hab ich ein. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall werden wir nächstes Mal dann, ähm... Einzutieren. Und es wird auch eine sehr spannende Folge. Ich freu mich schon drauf. Und... Oh, oh. Alter, was wirft ihr mir zu? Unter Wasser... Ja, find ich gut, dass du mir unter Wassers Sicht oder sowas wirfst. Aber das will ich nicht! Oh, da war er auch kurz davor. Ja, komm. Jawohl. Puh. Puh. Was? Der hat ein Schild getroppt. Okay. Ja, gut. Ähm... Alles Weitere kümmern wir uns nächstes Mal in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao. Ciao. Uff.